Ich bin Julia Bauer, die Chefredakteurin von Bunte.de. Ich werde ihn ganz genau auf den Zahn flühen. Was wäre denn das Schlimmste, was ich dir jetzt hier zeigen könnte? Das Internet vergisst nichts. Bist du erschrocken über diese Bilder? Ich schon. Ganzig unsympathisch, wenn du so ein Bild von jemandem siehst. Das Netz vergisst nichts. Alles, was da irgendwann mal veröffentlicht wurde, bleibt da. Als sie dann nichts aus mir rausbekommen hat, wurde sie so richtig arrogant. Also dazu wirst du auf jeden Fall was auf Bunte.de finden. Das heißt, du hast einem irgendeinem Mann freizügige Bilder von dir geschickt. Ich glaube nicht, dass solche Bilder da angemessen sind. Wahnsinnig unsympathisch, ne?